Hallo ihr Lieben, es wird ja immer mal wieder behauptet, wir bräuchten positive, konstruktive Visionen für die Zukunft, positive Zukunftsbilder. Ich bin da eher etwas skeptisch, nichtsdestoweniger möchte ich darauf hinweisen, was ich im folgenden Versuche darzustellen, ist eine solche positive Zukunftsvision. Und wenn man also mit einer solchen unterwegs ist, und ich bin das ja letztlich seit schon ein paar Jahren, dann merkt man, dass dieses komische Visionäre durchaus seine Grenzen und seine Problematik hat. Also wenn man da ein tolles Bild malt von wie die Zukunft und wie die Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte, das hat mehrere Fallstricke, nicht nur einen, möchte ich nur gesagt haben. Also das ist wie so eine kleine Klammer, also eine skeptische, einschränkende Klammer für das folgende. Ich möchte darauf hinweisen, dass Politik sich auch oder vielleicht vor allem als Lebensform betrachten lässt. Und wenn wir das tun, also wenn wir sagen, Politik ist eigentlich ein Gesellschaftszustand oder eine Art von Menschen zusammenzuleben, dann bedeutet das automatisch, dass das nicht eine Lebensform von ein paar Wenigen ist, die diese Wenigen sich zum Beispiel willkürlich aus privater Willkür selber ausgesucht hätten. Nach der Devise, ich gehe in die Politik, ich engagiere mich politisch. Das ist nicht das, was die politische Lebensform bedeutet. Die politische Lebensform ist ein Gesamtgesellschaftszustand, also etwas, was wir tatsächlich nur alle, alle, alle gemeinsam realisieren können. Anders kommt eine politische Gesellschaft nicht zustande. Also das heißt, es gibt nicht eine Teilgruppe oder eine kleine Sekte von Menschen oder eine Partei, die selbst die politische Lebensform realisieren könnte, sondern das kann nur eine Gesellschaft als Gesamte, die eben beschließt, gemeinschaftlich beschließt, so schwer das heute auch vorstellbar ist, eine andere Form des Zusammenseins und Zusammenlebens zu realisieren, in der eben jeder Mensch auch ein zugleich neben seinen privaten Aktivitäten auch ein aktiver Gesellschaftsgestalter ist, sein soll und wo wir das auch voneinander erwarten, dass sich niemand vor seinen politischen Pflichten, vor seiner politischen Beteiligung, vor seiner Mitgestaltungsverantwortung drückt. Also das wäre eben eine Gesellschaft, die im antiken Sinne Idiotie nicht duldet. Wer das nicht weiß, ich habe es schon in tausend Videos erwähnt, glaube ich, der Idiotes im klassischen Sinne, also das, wo unser Wort Idiot herkommt, bedeutet ursprünglich nicht einfach dummer Mensch oder sowas. Es bedeutet, vor dem Hintergrund einer politisierten Gesellschaft jemand, der willkürlich sich seinem politischen Dienst entzieht, der so willkürlich sich dafür entscheidet, ein reines Privatleben zu führen, in einer politisierten oder eben politischen Gemeinschaft oder Gesellschaft. Und das ist das, was ein Idiot ist. Also jemand, der sich aus dem politischen heraushält, obwohl die ganze Gesellschaft daraufhin angelegt ist, dass eben alle ihren politischen Pflichten nachkommen, ihren politischen Dienst tun. In dem Sinne zum Beispiel ist der olle Sokrates einer der ersten vorsätzlichen erklärten Idioten gewesen. Der viel gelobte, hochgelobte Sokrates. Also eine hochproblematische Gestalt, die viel problematischer ist, als das unsere heutige, immer noch von der Philosophie angekränkelte Zeit wahrhaben will. Wer das nicht versteht, warum ich hier so polemisiere gegen Sokrates, und eigentlich nicht Sokrates, sondern Platons Darstellung des Sokrates, die Philosophie hat sich immer gegen das Politische institutionalisiert. Es gibt also am Anfang der Philosophie eine große Konkurrenz zwischen der politischen Daseinsform und dem philosophischen Leben. Also zwischen dem politischen und dem philosophischen Leben. Und leider hat sich historisch das Philosophische gegen das Politische durchgesetzt. Also wir sind die Erben und leben das auch heute noch einer Überbietungsstrategie, die leider aufgegangen ist. Also wir sind eine durchphilosophierte Gesellschaft, auch wenn das heute nicht so empfunden wird. Aber Platon war, man muss wirklich sagen, menschheitshistorisch auf der ganzen Linie erfolgreich. Und das war er aber gegen das Politische. Deswegen leben wir eben heute auch nicht in einer politischen Gesellschaft, sondern in einer privatistischen, wo wir fokussieren immer auf die Entscheidung des Einzelnen und die Haltung des Einzelnen und die Entfaltung des Einzelnen und all das. Während das Gemeinschaftliche, das im politischen Leben realisiert wird, also wo sehr viel mehr der Fokus ist, wir setzen uns zusammen und fragen uns, wie sollen die Regeln sein, wie sollen die Gesetze sein, wie sollen die Verfahren sein, wie soll die Verfassung sein und das als fortgesetzte, beständig wiederholte Frage, also die nicht einmal abschließend geklärt ist, sondern wo eben politische Aktivität ein fortgesetzte Praxis ist, ein fortgesetztes Tun ist. Diese Gesellschaft ist, und das könnten wir vielleicht heute gerade etwas nachspielen, extrem entlastend für das Private. Also während eine privatistische Gesellschaft, die Gesellschaft, zu der eben die Philosophie geführt hat und in der wir heute leben, eine Gesellschaft ist, in der das Private völlig überfrachtet ist, also in der vom Privatleben Dinge erwartet werden und von der privaten Eigeninitiative, die dieses Privatleben niemals einlösen kann und die das aus privater Eigeninitiative niemals gelingen oder erschaffen werden kann, ist eine politisierte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die im Privaten sehr viel freier ist, weil sie im Privaten bestimmte Dinge nicht mehr erwartet, also nicht mehr erwartet, dass im Privaten bestimmte Dinge überhaupt erfüllt werden können oder gelöst werden können oder erschaffen werden können. Das ist also eine Gesellschaft, die sozusagen zwei Modi kennt statt nur einem, eben den Modus des Politischen und den Modus des Privaten und jeder hat beides, ein Privatleben und ein politisches Leben. Und das heißt, das Politische ist, anders als man das meinen könnte, keine Negation des Privaten, ja, oder also sozusagen im Sinne von wir haben alle kein Privatleben mehr oder sowas und sind nur noch politisch, sondern es bedeutet, dass wir eine Form der Sphärenteilung oder Arbeitsteilung zwischen zwei verschiedenen gesellschaftlichen Räumen haben, einmal eben den Raum des Privaten und einmal den Raum des Politischen. Und im Politischen geben wir uns alle selbst den Rahmen, der, wie soll man sagen, dann für private Entscheidungen vollkommen frei ist, weswegen dann das Private auch sehr viel freier gelebt werden kann. Das ist tatsächlich im Gesellschaftszustand so problematisch das heute scheinen mag, in dem der Satz, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, sehr viel mehr gelebt werden kann, weil tatsächlich auch mehr verboten ist. Und diese Verbote, die durch das Politische möglich werden, sind aber keine Zumutung oder keine Belastung oder keine Gängelung oder kein Zwang oder keine Fremdbestimmung, weil eben diese Verbote von den Menschen selbst erlassen werden. Das sind also Selbstverbote, Selbststeuerung, Selbstregulation, also Gesetze, wo wir selber sagen, wir wollen das so haben. Irgendwas soll verboten sein. Keine Ahnung, ich erfinde jetzt was. Zum Beispiel, wir verbieten uns selbst, bestimmten Müll in Flüsse zu kippen. Oder wir verbieten uns selbst, ohne Gurt im Auto unterwegs zu sein oder so. Das sind Verbote, die aber unproblematisch sind, wenn sie eben nicht von einigen wenigen allen anderen aufoktroyiert und auferlegt werden, sondern wenn wir sozusagen in einer Gesellschaft leben, die eben allgemein politisiert ist und in der die Gesetzgebung selbstverständlich, die Gesetzgebungsfunktion von allen wahrgenommen wird, statt eben nur von einem wenigen, auf welchem Verfahren auch immer wir diese wenigen bestimmen. Durch Erbadel, durch Wahlen, durch Gewalt. Das ist letztlich aus der Sicht einer politisierten Gesellschaft total zweitrangig, wie diese wenigen, die Oligoi oder die Aristokraten bestimmt werden, die dann eben die Gesetze machen. Das Entscheidende ist eben, es machen nicht alle die Gesetze. Also das ist die Grundunterscheidung zwischen eben einer aristokratischen und einer demokratischen Gesellschaft. In einer demokratischen Gesellschaft machen alle die Gesetze und zwar alle gleich viel. Niemand mehr, niemand weniger. Das ist eben eine Gesellschaft, die Laienpolitik positiv konnotiert, statt wie heute, lass das mal die Profis machen und Laienpolitik wird als hochproblematisch gesehen. Und die eben sozusagen es normalisiert, dass alle Menschen eben aktiv bestimmen, wie die Regeln der einer Gesellschaft sein sollen. Und die Folge ist dann, weil wir dadurch sehr viel mehr regulativer sein können, weil wir eben nicht in einer Gesellschaft leben, irgendwo eine beständige Gefahr der Fremdbestimmung besteht, sondern eben die Gesetzgebung als Selbstbestimmung gelebt wird und auch erfahren wird, dass wir dann den Satz, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, sehr viel mehr leben können und eben auch nicht mehr eben der privaten Ethik Dinge überlassen, die die private Ethik niemals leisten kann, weil wir es eben tatsächlich durch Gesetze regeln. Durch Gesetze, die wir aber selber erlassen, die nicht andere für uns erlassen, wo das Politische eben nicht delegiert wird und auch nicht professionalisiert wird und zwar aus gutem Grund nicht. Und das ist eine Gesellschaft, die eben auch nicht versucht, über Ethik zu lösen, was in der Politik sehr viel besser aufgehoben ist. Also eine politisierte Gesellschaft ist eine ethisch entschlackte Gesellschaft und das ist gut auch für die Ethik und auch für das Privatleben. Das ist also sozusagen eine sehr viel gesündere Gesellschaft, die eben auch das Politische kennt. Und wie gesagt, mein Stammpunkt ist, unsere heutige Gesellschaft kennt das Politische gar nicht. Wir haben keine Politik. Wir haben etwas, was wir irrtümlich so nennen, so wie wir auch etwas haben, was wir irrtümlich Demokratie nennen, was aber keine Demokratie ist. Das sind also einfach Begriffsverwirrungen, die sich in der Neuzeit, in der Moderne eingebürgert haben, eingeschlüchen haben, entwickelt haben, die wir dringend korrigieren müssen und dringend zurückdrehen müssen, auf das es möglich wird, dass wir einmal eine politisierte Gesellschaft schaffen, die eben nicht als Zumutung, als Gängelung, als Zwang, als Gewaltform erlebt wird, als Unterdrückung erlebt wird, sondern als eine Form, wo wir sozusagen alle sehr viel freier sind. Im doppelten Sinne. A, weil wir nicht unter fremdem Gesetz leben, unter Gesetzen, die andere für uns erlassen, nicht in einem Zustand der Fremdbestimmung leben. Das ist Freiheit Nummer eins, die wir in einer politisierten Gesellschaft, in einer Polis als Lebensform realisieren. Und die zweite Form der Freiheit, die wir auch realisieren, ist die Form, dass wir sozusagen im Privaten sehr viel freier werden, weil wir sozusagen nicht versuchen, über moralische und ethische Kategorien zu lösen. Also wir werden in einem positiven Sinne sehr viel unmoralischer. Und das mag aus heutiger Sicht bedrohlich erscheinen, ist aber hochgradig wünschenswert. Eine deutlich moralfreiere Gesellschaft, weil deutlich politischere Gesellschaft, die also sehr viel, sehr viel, wie soll man sagen, lebendiger ist in der Gesetzgebung, lebendiger ist in der Regelsetzung, also in der wir beständig Regeln neu aushandeln und neu setzen und auch neu anpassen, wenn sie eben nicht mehr passen. Ich meine, wir leben in einer veränderlichen, dynamischen Welt. Vor diesem Hintergrund ist es grob fahrlässig, zum Beispiel Verfassungen so zu bauen, dass sie also kaum anpassbar sind oder sehr schwer anpassbar sind. Vor dem Hintergrund sind die Hürden, die wir haben in der Gestaltung von Gesetzen und eben auch wie schwer das ist und wie blockiert wir sind, Gesetze zu machen, hochgradig, grob fahrlässig. Wir brauchen also eine lebendige Kultur der Regelanpassung, also wo Regeln nicht ein für alle Mal feststehen, auch wenn sie hochgradig dysfunktional und selbstschädigend sind, sondern wo wir in der Lage sind, Regeln anzupassen, wenn wir merken, nee, wir tun uns mit diesen Regeln gar nicht gut. Wir müssen die Regeln ändern. Und man mag behaupten, das sei auch heute schon so, ich erlebe das aber zumindest anders. Ich erlebe, dass wir sozusagen extrem erstarrt sind, viele Dinge dringend ändern müssen, aber nicht ändern können, nicht in der Form der privatistischen Gesellschaft, in der wir derzeit zusammenleben, also in der völlig entpolitisierten Gesellschaft, in der wir heute zusammenleben. Und warum macht das Sinn, so zu reden, könnte man auch nur mal hinterfragen. Ich schaue halt sehr stark und sehr natürlich abstrahierend und prinzipiell die Dinge sehend auf die Antike. Und sie sehen zum Beispiel, dass the rise of ethics, also die Heraufkunft eines großen Interesses an Ethik in der griechischen Antike entsteht mit dem Verfall des Politischen. Also sozusagen Griechen haben angefangen, den Ethik zu machen, angefangen mit Platon Aristoteles und später dann mit der Stoa und Epikur und wie sie alle heißen und dem Skeptizismus, haben angefangen, sich für Ethik zu interessieren, als das politische passé war, als das politische verloren war. Und da sehen wir also eine Grundlogik, möchte ich behaupten, die Aufladung von Individualmoral und Individualethik passiert genau in dem Moment, wo das politische verloren geht. Und letztlich haben wir, ich würde wirklich sagen, wir Menschen, nicht nur wir Europäer, uns von diesem Verlust nie wieder erholt. Also kurz gesagt, im Hellenismus, im Nachgang des Peloponnesischen Krieges ist etwas Grundsätzliches verloren gegangen, nämlich die positive Konnotierung, die konstruktive Konnotierung von Politik, also ein emphatischer Politikbegriff, ein emotional aufgeladener Politikbegriff, in der Politik als Lebensform begriffen wurde. Das haben wir nicht mehr realisiert. Seitdem leben wir im philosophischen Zustand, in einem Zustand, wo Individualmoral ganz groß geschrieben wird, wo Ethik ganz groß geschrieben wird, obwohl das alles für extrem viele Probleme dysfunktionale Formen sind, in denen wir also nicht in der Lage sind, gute Selbstregulation hinzukriegen, gute Selbststeuerung hinzukriegen. Also heutzutage leben wir immer noch in einer Welt, wo geglaubt wird, weithin jeder ist seines Glückes Schmied und jeder hat es als Einzelner in der Hand, ob wir real in einer Welt leben, voller Wechselwirkungen, voller Interdependenzen, voller sozusagen sozialer Dynamiken, die unser Leben sehr viel mehr bestimmen als unsere individuellen Entscheidungen. Und eine politisierte Gesellschaft bedeutet, dass wir auf diese Dynamiken Einfluss nehmen können. Also dass wir sozusagen auf das, was Gesellschaft ist, Einfluss nehmen können, statt Gesellschaft nur zu erleiden. Wo wir Gesellschaft nicht passiv erleben oder als Opfer erleben, sondern wo wir alle Gestalter von Gesellschaft sind, indem wir eben uns regelmäßig zusammensetzen und überlegen, welche Regeln sollen gelten, welche Gesetze sollen gelten. Und wir sourcen das nicht aus, wir delegieren das nicht an ein paar wenige, die für uns die Regeln machen sollen, sondern wir machen das selber. Und das ist eben eine Form der Selbstregulation oder Selbstregierung oder Selbstbestimmung, die alle freier macht, in vielfacher Hinsicht, unter anderem eben, weil wir die Gesetzgebung und den Staat und unsere Regeln nicht mehr als Fremdbestimmung erleben, aber eben auch, weil wir im Privaten sehr viel freier werden. Kurz gesagt, es ist eine Gesellschaft, wo dieses, jeder kann nach seiner Fasson glücklich und unglücklich werden, überhaupt erstmals, überhaupt geliebt werden kann, weil derzeit kann es nicht geliebt werden. Derzeit ist es eine reine Behauptung. Also kurz gesagt, die Form, zu der eine politische Gesellschaft, also Politik als Lebensform führt, ist, wir haben ein lebendiges, wie soll man sagen, ein lebendiges Gesetzgebungswesen, das von uns allen selbst betrieben wird, indem wir uns selbst den Rahmen für unser Privatleben geben, aber innerhalb dieses Rahmens sind wir sehr viel freier, verschieden zu sein und verschiedene Entscheidungen zu treffen als derzeit. Und so kriegen wir eine positiv, moral entlastete, ethik entlastete Gesellschaft, die hochgradig wünschenswert ist. Also auf einer gewissen Systemebene betrachtet, sind Ethik und Politik durchaus in Konkurrenz, zumindest von ihrer emotionalen Aufladung her. Es ist natürlich nicht so, dass durch eine politische Gesellschaft Ethik einfach verschwindet, aber sie wird extrem entladen oder entlastet, entfrachtet. Weiterhin werden wir, wir werden dann in der Folge halt sehr unterschiedliche Ethiken haben, wie wir es im Grunde jetzt heute auch schon haben. Ja, Leute sind, was Leute für moralisch oder für normal oder wünschenswert an menschlichen Verhalten haben, differiert extrem. Zum Beispiel, weil, wenn man zum Beispiel die Big Five, eine psychologische Kategorie bemühen will, wir zum Beispiel hochgradig unterschiedlich sind hinsichtlich Verträglichkeit, Unverträglichkeit oder Extroversion, Introversion. Menschen sind einfach verschieden und bilden deswegen auch verschiedene Moralen aus. Also die Vorstellung, dass man heute noch eine Moral haben könnte, die irgendwie die Welt oder die Gesellschaft zusammenhält, ist vor dem Hintergrund unserer hochgradigen Unterschiedlichkeit, wie unterschiedlich wir sind, schon von Geburt an, aber auch durch die Familien, in die wir geboren werden und durch die sehr unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse, in denen wir unser Leben verbringen, einfach absurd. Ja, wie sollten wir heute noch in dieser Verschiedenheit eine Moral oder eine Ethik ausbilden können? Das ist überhaupt nicht naheliegend. Ja, und das kann eben eine politisierte Gesellschaft sehr viel mehr akzeptieren, weil sie sozusagen ihre Gemeinsamkeit in der gemeinsamen politischen Praxis, in der gemeinsamen politischen Aktivität, in der gemeinsamen Regelsetzung findet und nicht in der Moral und nicht in der Ethik. Die Ethik und Moral ist dann verschieden, aber die Gesetze sind gemeinsam, weil sie auch von allen gemacht werden, wie es für eine Isonomie üblich ist und Isonomie ist eben der ursprüngliche Name der Demokratie, wie Demokratie genannt wurde, als sie bei den Griechen in Athen entstanden ist. Der Name Demokratie ist sehr nachträglich und meines Erachtens teilweise in reaktionärer Absicht erfunden würden, weil, das sehen wir schon eben nach meinem Dafürhalten an der Wortbildung Demos plus Kraten, also Herrschaft des Volkes, weil in ursprünglichem Verständnis der Erfinder dieser Form, die später Demokratie genannt wurde, die aber ursprünglich Isonomie hieß, es gerade nicht um Herrschaft ging. Es ging eigentlich um die Beseitigung von Herrschaft, um die Aufhebung von Herrschaft und nicht um eine neue Herrschaftsform. Also wer denkt, Demokratie, eine politisierte Gesellschaft, würde eine bestimmte Art der Herrschaft bedeuten, verfehlt sozusagen den Kern des Politischen und auch den Kern der Demokratie. Demokratie ist regelhafte Herrschaftsfreiheit, eine nicht-anomische Form von Herrschaftsfreiheit und das ist eben sehr sinnvoll, dann eben diese beiden Dinge auseinanderzuhalten, Anarchie und Anomie und dann kriegen wir nämlich folgende Klarheit, Demokratie oder eigentlich Isonomie, der bessere Begriff dafür, Isonomie ist natürlich, wie der Name schon sagt, keine Anomie, keine Gesetzlosigkeit, das ist sogar ein sehr lebendiger, gesetzlicher Zustand, wo die Gesetze beständig angepasst werden, in regelhafter Form, aber es ist ein anarchischer Zustand und Anarchie ist gut, Herrschaftsfreiheit ist gut, aber Anomie ist schlecht. Also dass die Demokratie oder eben Isonomie realisiert, regelhafte Anarchie, ohne dabei Anomie zu sein, wem diese Begriffe was sagen. Ja, und das ist hochgradig wünschenswert und das ist eben das, was die politische Lebensform realisiert und weswegen allein die politische Lebensform reale Freiheit realisiert. Also eine wirklich freie Gesellschaft mit wirklich freien Menschen realisieren wir nur in der politischen Lebensform, nur in der politischen Lebensweise und das zentrale Verfahren dieser Lebensweise ist das demokratische Losverfahren. Ohne dieses demokratische Losverfahren kommt eine politisierte Gesellschaft nicht zustande, weil ohne das demokratische Losverfahren wir immer in der Form landen, ein paar wenige machen die Gesetze und damit entsteht Herrschaft, damit entsteht Fremdbestimmung und damit entsteht Unfreiheit für alle, auch für die, die da delegiert sind oder gewählt sind oder anders wie zur Herrschaft bestimmt wird, auch die sind im Sinne aus der Sicht einer politisierten Gesellschaft unfreie Menschen. Also allgemeine Unfreiheit entsteht aus unserem Privatismus, aus unserem Politikmangel, aus unserem Mangel, dass wir nicht in einer politischen Gesellschaft leben, nicht in einer Polisgemeinschaft leben, wie es für Menschen in entwickelten Gesellschaften, ich würde es wirklich sagen, wenn sie ein gutes Leben haben wollen, unverzichtbar und unausweichlich ist. Also vielleicht ist Politik kein Schicksal oder Politik keine alternativlose Form, aber wenn wir ein gutes Leben haben wollen, das nicht bestimmt ist von Fremdbestimmung, von Angst, auch von Gewalt und Hass und Misstrauen und Missverständnissen, wenn wir also wirklich ein gutes Miteinander, ein gutes Zusammenleben, ein gutes Leben haben wollen, dann ist die politische Lebensform tatsächlich alternativlos. Ohne Politik, ohne das Losverfahren, ist es uns unmöglich, eine gute Gesellschaft zu bilden, uns Menschen, die wir also nicht mehr in nomadischen Zuständen leben, sondern eben Zuständen, wo es eben sowas gibt, wie Grundeigentum und Besitzverhältnisse und auch extreme Unterschiede, wo wir sehr viele sind, wo wir in sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Nischen leben, mit sehr unterschiedlichen Ressourcen und sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Und da das halt so ist, ist es sozusagen Politik die einzige Möglichkeit, noch eine gute Zusammenlebensform zu realisieren. Und das ist etwas, was meines Erachtens die Eulen Griechen in Athen erstmals entdeckt haben, was dann leider im weiteren Geschichtsverlauf einkassiert worden ist. Und daran war die Philosophie AK Platon ganz zentral beteiligt, möchte ich behaupten. Also, wie gesagt, ich sehe ein großes Konkurrenzverhältnis zwischen einer philosophischen Lebensweise und einer politischen Lebensweise. Und ich möchte behaupten, dass sich Europa und im Nachgang mit dem europäischen Kolonialismus die Welt für die philosophische Lebensweise entschieden hat. und das war eine Fehlentscheidung. Wir haben uns für das Falsche entschieden. Politik wäre die bessere Wahl gewesen, wenn man es überhaupt als Wahl bezeichnen will. Und heute haben wir auf eine gewisse Weise neuerdings die Wahl. Also, wir können heute eine politisierte Gesellschaft schaffen und ich möchte behaupten, dass es allen, tatsächlich allen Menschen in einer Polisgemeinschaft besser geht, als in den Formen von Privatismus, die wir derzeit überall auf der Welt lückenlos leben. Also, wir leben in einem global privatistischen Zustand. Über alle Menschen, kein Mensch hat heute ein politisches Leben. Kein einziger. Auch nicht irgendwelche Leute, die gewählt sind und die Präsidenten sind oder im Parlamenten sitzen. Auch diese Menschen kennen nur das privatistische Leben und nicht das politische Leben, weil wir eben das politische Leben nur alle gemeinsam realisieren können und nicht als einzelne oder als kleine Teilgruppe der Gesellschaft. Also heute, wenn es die politische Lebensweise geben soll, muss sie voll inklusiv sein. Das heißt tatsächlich, alle Menschen einschließen. Und das heißt, operativ, alle Menschen sind im Lostopf, um die Besetzung entscheidender Gremien, das ist eben die Gleichbedeutendheit von politischer Lebensform und Losdemokratie. Das sind für mich mittlerweile Synonyme. Losdemokratie bedeutet eine politische Lebensform und das Fehlen von Losdemokratie bedeutet, wir haben keine Politik, sondern nur Privatismus und damit eine Überstrapazierung von Ethik und Moral, von der wir immer wieder, von der Hintergrund wir immer wieder in Zynismus kippen, weil wir eben das, was Moral und Ethik überhaupt leisten kann, überfrachten und überfordern. Und das ist ein beständiger Zustand in unserer Gesellschaft. Also nicht ein vorübergehender Zustand oder ein Zustand, der wenige betrifft, sondern ein allgemeiner Zustand. Wir leben im Privatismus und das ist schlecht für uns alle, möchte ich behaupten. Citerum censio, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Demokratie, die Politi gelost werden muss.